Ein herzliches Moin Moin an meine treuen deutschen Zuschauer. Ich habe mich heute hier eingefunden, um jetzt die nächste Lesung zu tun aus Alexander Hislops Buch von Babylon nach Rom, im Original The Two Babylons im Englischen. Von 1858 ist das Buch, sollte man immer berücksichtigen über all die Erkenntnisse, die er uns hier liefert. Ich hatte jetzt gerade das Kapitel 2 abgeschlossen, aber mache einen Sprung im Kapitel 3. Den ersten Teil, der heißt, wenn ich mich nicht irre, Weihnachten und Maria Verkündigung, den überspringe ich. Das findet ihr in der Spielliste ein bisschen früher, weil das habe ich letztes Jahr rechtzeitig zum Weihnachtsfest hochgeladen, weil ich dachte, zu Weihnachten ist das passend, Weihnachten hochzuladen. Heute geht es weiter im Abschnitt 2 des dritten Kapitels und der heißt Ostern. Und das ist ja das, was uns jetzt bevorsteht. Ich hoffe, dass ich das rechtzeitig vor dem Osterfest hochgeladen kriege. Danke nochmal an meine liebe Schwester Miss Q aus Deutschland, die sich bereit erklärt hat, die Videoarbeit hierfür zu machen. Also wenn ihr die Bilder schön findet, bedankt ihr euch bei ihr. Ich verlinke sie in der Box mit ihrer Google Plus Seite. Könnt ihr mal ein Dankeschön schreiben. Aber ich lese jetzt weiter vor auf Seite 93 im PDF-Dokument oder eben auch 93 im Buch von Alexander Hislop von Babylon nach Rom über Ostern. Nun wollen wir Ostern untersuchen. Was bedeutet der Begriff Ostern an sich? Er ist keine christliche Bezeichnung. Er trägt seinen chaldäischen Ursprung auf der Stirn geschrieben. Der englische Begriff für Ostern, Easter, ist nichts anderes als Astarte, einer der Titel der Beltes, der Königin des Himmels, über die wir ja schon so viel bereits gesprochen hatten. Deren Name damals offensichtlich vom Volk Ninevehs genauso ausgesprochen wurde, wie es heute in England üblich ist. Dieser Name lautet, so fand ihn Layard auf den assyrischen Monumenten, Ishtar, was man halt Easter ausspricht. Die Anbetung Belz und Astartes wurde sehr früh in Britannien eingeführt, zusammen mit den Druiden, den Priestern der Wälder. So, hier habe ich doch mal eben eine meiner typischen Bemerkungen für euch jetzt mal eben rausgesucht und werde sie euch gleich verkünden. Die Priester der Wälder, Holy Wood, heiliges Holz, heiliger Wald, heute auch bekannt, Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, geht wohl weg irgendwann. Heute auch bekannt unter dem Namen Hollywood, der Teil der Stadt der Engel, wie man sie so schön nennt, Los Angeles. Hollywood verzauberte die Welt mit ihren spirituellen Übungen. Ratio Studiorum, ein Begriff, der im Herrscher des Bösen deutlich genug erklärt wird, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Dann müsstet ihr mal meine deutsche Lesung des Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, lehren, um euch anzueignen, was Ratio Studiorum ist. Durch Musik und Filme und TV-Serien, vollkommen eingenommen von Freimaurern und anderen satanischen Sekten, fördert es wie kein anderes Unternehmen der Jesuiten Sodomie, also was man in Neudeutsch nennt Homosexualität, ich nenne es Sodomie. Teufelsanbetung und Unzucht und Wimmeltes von Menschen, die ihre Seele dem Teufel verkauft haben. Es gibt hunderte, ja vielleicht sogar tausende Videos auf YouTube und anderswo, wo Filmdarsteller, Fernsehstars und Musikanten davon berichten. Was für, zwischen Anführungsstrichen, Otto Normalverbraucher unwirklich und nach Verschwörungstheorie und okkultem Blödsinn klingt, ist für Historiker und bibeltreue Christen ein Beweis des Wirkens Satans in der Welt des Antichristen. Götzenanbetung liegt an der Wurzel dieses Übels, wie Tapasorsi in Herrscher des Bösen, Rulers of Evil, im Englischen uns mitteilt. Ein kleiner Auszug aus dem Buch Rulers of Evil, der sehr interessant ist, hört mal zu, es kommt im Englischen. Oregon held that images drag the soul down instead of directing the mind to a divine invisible reality. Tertullian instructed the servants of God to avoid every form of imagery, even secular art. Indeed, as Bevan points out, Christians of the 1st and 2nd centuries placed visual artists in a class with harlots, drunkards, brother keepers and actors. Zitat Ende vom Herrscher des Bösen. Nun, wie heißt das im Deutschen? Für diejenigen, die es englisch nicht so mächtig sind, habe ich versucht, das einigermaßen zu übersetzen. Oregon, das ist also eine bekannte geschichtliche Figur, Oregon meinte, dass die Bilder, also Götzen, die Seele nach unten ziehen, anstatt den Geist in eine göttliche, unsichtbare Wirklichkeit zu lenken. Tertullian wies die Gdiener Gottes an, um jede Form von Bildern und Götzen, auch säkulare, also weltlicher Kunst, zu vermeiden. Tatsache ist, wie Bevan darauf hinweist, dass die Christen des 1. und 2. Jahrhunderts bildende Künstler in einer Klasse mit Huren, Säufern, Zuhältern und Schauspielern einteilten. Ende der Übersetzung Aus Herrscher des Bösen Und wir lesen hier also, dass die Anbetung Bels und Astartes sehr früh in Britannien eingeführt wurde, zusammen mit den Druiden, den Priestern der Wälder. Holy Wood. Hollywood. Schaut euch doch mal an, was heutzutage alles aus dem sogenannten Hollywood kommt. Also biblisch ist da nichts, auch wenn sie ihre Filme gerne biblisch nennen, wie jetzt diesen letzten Exodus und davor Noah, den sie gemacht haben. Und warum machen sie das? Warum bringen die solche Filme raus, zu dieser Zeit? Was glaubt ihr wohl? Das ist, um die Leute vom Glauben abzubringen. Aber ich darf hier nicht so lange ausschweifen, sonst komme ich mit meiner Zeit nicht hin und wird es ein 2 Stunden Video und das will ich ja liebstens vermeiden, dass wir über Ostern so lange sprechen. Jedenfalls stellten sich manche vor, die druidische Anbetungsform sei zuerst von den Phöniziern eingeführt worden, die Jahrhunderte vor dem christlichen Zeitalter mit den Zinnminen Cornwalls Handeltrieben, fährt der Autor fort. Aber die unzweifelhaften Spuren dieser Anbetung findet man in Gegenden auf den britischen Inseln, in die die Phönizier niemals vorstießen. Und überall hat sie unauslöschliche Zeichen des starken Einflusses hinterlassen, den sie auf die Gemüter der frühen Briten ausgeübt haben muss. Von Bell ausgehend wird der 1. Mai, hallo, habt ihr euch mal gefragt, warum der 1. Mai der Tag der Arbeit ist? Von Bell ausgehend wird der 1. Mai im Kalender immer noch Beltane genannt. Und es gibt in England heutzutage noch Bräuche, die nachweisen, wie genau die Anbietung Belts oder Molochs, denn beide Titel gehören demselben Gott, Baal, wird er auch genannt, sogar in dem nördlichen Teil dieser Insel befolgt worden war. Das heißt, es ist ein Baaltag, es ist ein Tag des Molochs, ein Tag des Bells, ein Tag der heidnischen Anbetung der 1. Mai und hat nichts mit dem Tag der Arbeit zu tun. Die frühere Lady Bird von Fern Tower in Perthshire, so ein Schreiber in Notes and Queries im britischen Altertum, äußerst bewandert, erzählte mir, dass ich jedes Jahr an Beltane, also das ist der 1. Mai, Eine Anzahl Männer und Frauen bei einem alten druidischen Steinkreis in ihrem Eigentum bei Kriv versammeln. Sie zünden ein Feuer in der Mitte an, jeder legt ein Stückchen Haferkuchen in die Mütze eines Schäfers. Sie setzen sich alle nieder und nehmen wahllos ein Stück aus der Mütze. Ein Stück wurde vorher geschwärzt, und derjenige, der dieses Stück bekommt, muss durch das Feuer in der Mitte des Kreises springen und ein Pfand zahlen. Ganz, ganz kurz, nur mal eben die Abweichung zur Bibel. In der Bibel steht drin, dass man nicht durchs Feuer gehen soll. Altes Testament, lest euch das mal durch. Gott hat da seine Gründe für. Dies ist in der Tat ein Teil der alten Baalsanbetung und derjenige, auf den das losfiel, wurde früher als Opfer verbrannt. Also, du hast das schwarze, verbrannte Stück Kuchen rausgezogen. Im Neudeutschen sagen wir, du hast die Arschkarte gezogen. Pech gehabt. Das durch das Feuer gehen stellt dies dar, und das Zahlen des Pfandes kauft das Opfer los. Wenn Baal so in Britannien verehrt wurde, wird es nicht schwierig sein zu glauben, dass seine Gemahlin Astarte ebenso von unseren englischen Vorfahren angebetet wurde, und dass wegen Astarte, deren Namen in Neve Ishtar war, die heutigen religiösen Feierlichkeiten des Monats April mit dem Begriff Easter, also Ostern, bezeichnet werden. Zumal dieser Monat bei unseren heidnischen Vorfahren Eastermonat, Englisch für Ostermonat, genannt wurde. Das Fest, von dem wir in der Kirchengeschichte unter der Bezeichnung Ostern lesen, war im dritten und vierten Jahrhundert ein ganz anderes Fest als das, welches jetzt in der römisch-katholischen Kirche gefeiert wird, und zwar zu jener Zeit nicht unter einem solchen Namen wie Ostern bekannt. Es wurde Passa genannt. Passa, das Passa-Fest. Wo hat denn das seinen Ursprung? Wer weiß denn das? Im zweiten Buch Mose, in Exodus, vor dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, passierte Gott, Passa, passierte Gott, an den Häusern vorbei, und diejenigen, die ihren Türrahmen und ihre Türschwelle nicht mit dem Blut eines Lammes beschmiert hatten, da ging der Geist Gottes ein und hat jeden Erstgeborenen getötet, um dafür zu sorgen, dass die Israeliten befreit werden aus der Gefangenschaft in Ägypten. Passa, das ist der Ursprung des Passa-Fest, Pass-Over, und das ist alles nur ein Schatten gewesen. Die ganzen Jahre, bis Jesus am Kreuz gestorben war, ein Schatten gewesen für ihn, der das Lamm Gottes gekreuzigt wurde, der mit seiner Kreuzigung, seinem Tod, seiner Wiederauferstehung, all unsere Sünden auf sich genommen hat. Das war nur ein Schatten, dieses Passa-Fest, und deswegen sollte man das heute auch nicht mehr feiern. Aber die Juden von heute begreifen das nicht so gut, weil die sind ja an der Tora gefangen, die akzeptieren Jesus Christus ja nicht als ihren Erlöser. Aber trotzdem, ich kann jetzt hier nicht stundenlang ausweiten, aber es wäre mal interessant, darüber eine Diskussion zu führen, wenn ihr das wollt. Könnt ihr mir ja im Kommentar mal wissen lassen, könnt ihr mich das ja mal wissen lassen, ob das interessant ist. Kann man eine kleine Bibelstudie machen. Also Ostern wurde Passa genannt. Und obwohl es keine apostolische Einrichtung war, wurde es früh von vielen bekennenden Christen im Gedenken des Todes und der Auferstehung Christi gefeiert. Dieses Fest fiel ursprünglich mit der Zeit des jüdischen Passa zusammen, als Christus gekreuzigt wurde. In den Tagen Tertullians gegen Ende des 2. Jahrhunderts glaubte man, es sei der 23. März gewesen. Dieses Fest war nicht abgöttisch, und es ging keine Fastenzeit voraus. Cassanius, der Mönch von Marseille aus dem 5. Jahrhundert, der die Urgemeinde der Kirche seiner Tage gegenüberstellt, sagt, Zitat, Man sollte wissen, dass es das Einhalten der 40 Tage nicht gab, solange die Vollkommenheit dieser Urgemeinde unversehrt blieb. Ende Zitat Nun, woher kam denn dieser Brauch des 40 Tage Fastens? Die 40 Tage Abstinenz der Fastenzeit wurden direkt von den Verehrern der babylonischen Götten übernommen. Ein solches 40-tägiges Fasten im Frühling des Jahres wird immer noch von den Jezidis eingehalten, den heidnischen Teufelsanbietern Kurdistans, die es von ihren ersten Herren, den Babyloniern, geerbt haben. Ein solches Fasten von 40 Tagen wurde im Frühjahr von den heidnischen Mexikanern abgehalten, was wir bei Humboldt lesen, der einen Bericht über mexikanische Bräuche liefert. Zitat Das ist also, wenn die Sonne aus dem Süden wieder hochsteigt, begann ein feierliches Fasten von 40 Tagen zu Ehren der Sonne. Ende Zitat Ein solches 40-tägiges Fasten wurde in Ägypten abgehalten. Dies ist in Egyptians von Wilkinson nachzulesen. Landseer berichtet in Serbian Researchers oder Landseer, dass dieses ägyptische 40-tägige Fasten ausdrücklich zum Gedenken des Adonis beziehungsweise Osiris abgehalten wurde, des großen Mittlergottes. Mittler für was? Es gibt nur ein Mittler zwischen Gott, dem Vater und dem Menschen. Und das ist der Mensch, Jesus Christus. Zur gleichen Zeit ist wohl der Entführung Prospernias bedacht worden, und zwar in ähnlicher Weise. Denn Julius Firmicus berichtet, dass 40 Nächte lang das Klagen um Proserpina andauerte. Und von Arnobius erfahren wir, dass die Christen seinerzeit glaubten, dass von den Heiden gefeierte Fasten, Castus oder Heiliges Fasten genannt, sei ursprünglich eine Nachahmung des langen Fastens der Ceres gewesen, als sich diese nämlich wegen ihres Übermaßes an Sorgen oder Violentia Moeroris viele Tage lang entschieden zu essen weigerte, und zwar wegen des Verlusts ihrer Tochter Prosperpina, als diese von Pluto, dem Gott der Hölle, entführt wurde. Da die Geschichten von Bacchus bzw. Adonis und Prosperpina, obwohl ursprünglich verschieden, zusammen und ineinander gefügt wurden, so dass der Bacchus Liber genannt wurde und seine Frau Ariadne Libera, einer der Namen Prosperpinas, ist es sehr wahrscheinlich, dass die 40 Fastentage zu späterer Zeit mit beiden in Beziehung gebracht wurden. Für die Heiden scheint diese Fastenzeit eine unerlässliche Vorbereitungszeit für das große jährliche Fest zum Gedenken des Todes und der Auferstehung des Tammus gewesen zu sein, das durch abwechselndes Weinen und sich Freuen gefeiert wurde und in vielen Ländern beträchtlich später, als das christliche Fest stand fand. In Palästina und Assyrien wurde es im Juni begangen, daher die Bezeichnung Monat Tammus, in Ägypten etwa Mitte Mai und in Britannien irgendwann im April. Jetzt muss ich aber nochmal eben auf den Tammus eingehen. Aus anderen Quellen ist bekannt, dass Semiramis die 40-tägige Fastenzeit einführte, um den Tod ihres Kindes, Mannes, Tammus, zu betrauern, der im Alter von, genau, 40 Jahren starb. Hier sehen wir auch wieder einmal, wie die Heiden die Zahl 40, die in der Bibel ja oft von großer Bedeutung ist, reinwaschen, will ich es mal nennen, die 40 Jahre in der Wüste, nach dem Auszug aus Ägypten, Jesus eine 40-tägige Versuchung durch den Satan in der Wildnis, 40 Tage Regen während der Sintflut, Moses, der 40 Tage auf dem Berg verbleibt, und so weiter, wie diese Zahl 40 für ihre Falschlehre, also der Heiden der Falschlehre, in Anspruch genommen wird. Nun, der Autor fährt fort, um die Heiden mit dem Namens Christentum zu versöhnen, ergriff Rom, das seine gewöhnliche Politik verfolgte, Maßnahmen, um die christlichen und heidnischen Feste miteinander zu verschmelzen. Ich werde jetzt nicht wieder in die Wiederholung fallen, ich habe es oft genug gesagt, das heidnische Römische Reich hat sich mit dem Christentum, dem Mantel des Christentums umgehangen, um sich darunter mehr oder weniger zu verstecken. Und das merkt man eben auch bei der Verschmelzung der christlichen und heidnischen Feste. Durch eine komplizierte, aber geschickte Anpassung des Kalenders war es im Allgemeinen nicht schwierig, Heiden und Christentum, das jetzt tief im Götzendienst versunken war, dazu zu bringen, sich die Hände zu reichen. Das Werkzeug zur Durchführung dieser Verschmelzung war der Abt Dionysus, der Kleine, dem wir ebenfalls verdanken, dass die christliche Zeitrechnung, beziehungsweise der Zeitpunkt der Geburt Jesu, um vier Jahre verschoben wurde, wie es heutige Wissenschaftler nachgewiesen haben. Heutige Wissenschaftler, Mitte des 19. Jahrhunderts. Heute wird sich wohl kaum noch ein Wissenschaftler trauen, sowas irgendwie nachzuweisen und dann zu veröffentlichen. Ob dies aus Unwissenheit oder mit Absicht geschah, mag dahingestellt sein. Der Autor lässt es dahingestellt, ich gehe mal davon aus, dass es Absicht ist, genau wie alles, was hier passiert unter dem Joch von Rom. Aber es scheint kein Zweifel daran zu bestehen, fährt er fort, dass die Geburt des Herrn Jesus vier volle Jahre später angesetzt wurde, als sie tatsächlich stattfand. Diese Veränderung des Kalenders hinsichtlich des Osterfestes hatte Konsequenzen von großer Tragweite. Dadurch hielt in Verbindung mit der Enthaltsamkeit der Fastenzeit die gröbste Verdorbenheit und der krasseste Aberglauben Einzug in die Kirche. Man lese nur einmal die von Arnobius und Clemens Alexandrinus beschriebenen Gräuel nach, derer man während des heiligen Fastens beziehungsweise des heidnischen Fastens gedachte. Man schämt sich unweigerlich für das Christsein derer, die in vollem Bewusstsein all dieser Scheußlichkeiten nach Ägypten um Hilfe zogen, um die träge Frömmigkeit der verfallenen Kirche aufzurütteln und dabei keinen besseren Weg finden konnten, sie wiederzubeleben, als aus einer derart verschmutzten Quelle diese Ungereimtheiten und Gräuel zu schröpfen, welche die frühen christlichen Schreiber alle verachteten. Dass Christen überhaupt daran dachten, die heidnische Enthaltsamkeit der Fastenzeit einzuführen, war ein Zeichen des Bösen. Es zeigte, wie tief sie gesunken waren und war auch eine Ursache für Böses. Es führte unvermeidlich zu tieferem Verfall. Ursprünglich war selbst in Rom die Fastenzeit mit den vorangehenden, lärmenden Festlichkeiten des Karnevals völlig unbekannt. Und selbst als man das Fasten vor dem christlichen Passa als notwendig erachtete, passte es sich in dieser Hinsicht nur in winzigen Schritten dem Ritual des Heidentums an. Wie lange die Fastenzeit in der römischen Kirche vor dem Konzil zu Nicea, das ungefähr 325 n. Chr. stattfand, dauerte, ist unklar. Aber es liegen eindeutige Hinweise vor, dass sie noch eine beträchtliche Zeit nach jenem Konzil drei Wochen nicht überschritt. Nun muss ich hier noch mal eine kleine Note einfügen aus der Fußnote 402. Gisela sagt hinsichtlich der Passa-Bräuche im Zusammenhang der Ostkirche im 2. Jahrhundert, Zitat, An ihm, also dem Passafest zum Gedenken des Todes Christi, essen sie, die Christen der Ostkirche, acht Tage lang ungesäuertes Brot, wahrscheinlich wie die Juden. Es gibt keine Spur von einem jährlichen Fest, einer Auferstehung bei ihnen, denn dies wurde jeden Sonntag gefeiert. Was die Westkirche angeht, wurden zu einer etwas späteren Epoche, zur Zeit Konstantins, also zwischen 315 und 330 ungefähr, anscheinend 15 Tage mit religiösen Handlungen im Zusammenhang mit dem christlichen Passafest eingehalten. Dies geht aus folgenden Auszügen von Bingham hervor, die ich freundlicherweise von einem Freund erhielt. Die Zeit des Fastens wird jedoch nicht angegeben. Bingham aber sagt, die Feierlichkeiten des Passa Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich mir gerade eben hier meine Reihe verloren. Die Feierlichkeiten des Passa sind die Woche vor und die Woche nach Ostersonntag. Eine Woche für das Kreuz, die andere für die Auferstehung. Die Alten sprechen von dem Passions- und Auferstehungspasser als von einer 15-tägigen Feierlichkeit. 15 Tage wurden per Gesetz durch das Reich erzwungen und der ganzen Kirche befohlen. Skelliger, ein weiterer Historier, erwähnt ein Gesetz Konstantins, das zwei Wochen vor Ostern und die Unterbrechung aller Gerichtsprozesse und die Unterbrechung aller Gerichtsprozesse anordnete. Konstantin war ein beschäftigter Mann, hat ja auch das Sonntagsgesetz damals eingeführt. Nun, als jedoch schließlich die Anbetung der Erstarte im Aufstieg begriffen war, wurden Maßnahmen ergriffen, um das gesamte chaldäische Fasten von sechs Wochen beziehungsweise 40 Tagen für alle im weströmischen Reich erforderlich zu machen. Der Weg dafür wurde durch ein Konzil bereitet, das in Aurelia um das Jahr 519 zur Zeit des Hormisters abgehalten wurde, des Bischofs von Rom, also des Papstes zu der Zeit, der noch nicht seine volle Kraft entfaltet hat, das tut er erst 538, also war er damals noch einfach der Bischof von Rom, welches verfügte, dass das Fasten lediglich vor Ostern eingehalten werden sollte. Zweifellos mit der Absicht, dieses Dekret durchzusetzen, wurde einige Tage später der Kalender durch Dionysus wieder angepasst. Dieses Dekret konnte nicht in einem Zuge durchgesetzt werden. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts wurde der erste entscheidende Versuch unternommen, die Einhaltung des neuen Kalenders zu erzwingen. Die ersten Bestrebungen dieser Art wurden in Britannien unternommen und dort traf der Versuch auf energischen Widerstand. Der zeitliche Unterschied zwischen dem christlichen Passer, wie es in Britannien von den dortigen Christen gefeiert wurde und dem durch Rom erzwungenen heidnischen Ostern lag zum Zeitpunkt seiner Erzwingung bei einem ganzen Monat. Und da fügen wir nochmal eben an, Kumianus zitiert von Erzbischof Ascher in Syllologie Seite 34, Zitat, Diejenigen, die mit dem Feiern von Weihnachten und Ostern groß wurden und doch von Herzen jeglichen papistischen und heidnischen Götzendienst gleicherweise verabscheuen, Hallo, wer weiß denn das heute noch, dass das papistischer heidnischer Götzendienst ist, sicher Weihnachten? Hört euch noch meine Lesung davon an. Die also damit groß wurden und doch von Herzen jeglichen papistischen und heidnischen Götzendienst gleicherweise verabscheuen, werden vielleicht das Gefühl haben, es sei etwas Ungeziemendes an obigen Enthüllungen über den Ursprung dieser Feste. Ein kurzes Nachdenken wird jedoch genügen, um ein solches Gefühl völlig zu verbannen. Sie werden feststellen, dass es nichts nützt, die von mir gegebenen Erklärungen zu ignorieren, wenn sie wahr sind. Einige der auf diesen Seiten erklärten Tatsachen sind schon atheistischen und sozianischen Schreibern von nicht geringer Bedeutung bekannt, obwohl in England als auch auf dem europäischen Festland. Und diese verwenden sie in einer Weise, die darauf abzielt, den Glauben junger Leute und Unwissender hinsichtlich der wesentlichen Grundlagen des christlichen Glaubens zu unterminieren. Hier habe ich gerade gelesen über Sozianisch was ist Sozianismus dafür werde ich hier einen Link in die Beschreibungsbox des Videos mit reinlegen könnt ihr erstmal nachmachen für Selbststudium und könnt euch darüber informieren was Sozianianismus genau ist. Der Auto fährt fort sicher, dann muss die letzte Konsequenz sein, dass man die Wahrheit in ihrem eigenen natürlichen Licht darlegt, auch wenn sie den vorgefassten Meinungen ziemlich zuwiderläuft. Besonders da diese Wahrheit richtig betrachtet, die heranwachsende Jugend so sehr gegen die Verführung des Katholizismus stärken und sie in dem einmal in dem heiligen überlieferten Glauben bekräftigen will. Wenn ein Heide sagen konnte Sokrates liebe ich und Plato liebe ich aber die Wahrheit liebe ich mehr, wird sicherlich ein wahrhaft christliches Gemüt nicht weniger Großmut an den Tag legen. Ist das nicht genügend Anlass, selbst im Blick auf die Zeitpunkte, um ernste Nachforschungen anzustellen, wenn die Gelegenheit bisher noch nicht vorhanden war, um sich zu bemühen und zwar ernsthaft die nationalen Einrichtungen des Süden Englands von diesen Bräuchen und allem anderen zu reinigen, was aus Babylons goldenem Becher in sie hineingeströmt ist? Es sind Männer von edler Gesinnung in der Kirche von Cranmer, Latimer und Ridley das sind hier drei sehr sehr wichtige den meisten wahrscheinlich gar nicht bekannte Reformatoren Cranmer, Latimer und Ridley die unseren Herrn Jesus Christus aufrichtig lieben, die die Kraft seines Blutes verspürt haben und den Trost seines Geistes erkennen. Mögen sie in ihrem Kämmerchen und auf ihren Knien ihrem Gott und in ihrem eigenen Gewissen die Frage stellen, ob sie sich selbst nicht in rechtem Ernst erheben und sich mit aller Macht bemühen sollten, bis dies durchgeführt ist. Dann wäre tatsächlich Englandskirche das große Bollwerk der Reformation. Dann würden ihre Söhne mit ihren Feinden im Tor sprechen. Dann würden sie vor dem gesamten Christentum klar wie die Sonne, hell wie der Mond und furchterregend wie Kriegsscharen erscheinen. Wird jedoch nichts Wirksames unternommen, um die Plage aufzuhalten, die sich in ihr ausbreitet, muss das Ergebnis verheerend sein. Nicht nur für sie selbst, sondern für das ganze Reich. Hier könnte ich jetzt noch stundenlang über lamentieren, aber das verspare ich mir. Ich verweise auf die Lesung von Tom Fress, die er letztens auf Inquisition Update First Amendment Radio gemacht hat, Rome and Civil Liberty von James Atkin Wiley. Ein Buch, das 1865 erschien, also ein paar Jahre hier nach, und das deutlich aufzeigt, dass Großbritannien inzwischen vom Katholizismus wieder vollständig einvernommen wurde. Nun, am Ende der Seite 96 fährt der Autor fort. Das ist die Geschichte des Osterfests. Die volkstümlichen Bräuche, die immer noch seine Feier begleiten, bestätigen reichlich das Zeugnis der Geschichte hinsichtlich seines babylonischen Charakters. Die Hutcross Buns, im englischsprachigen Raum bekannte kleine, runde Kuchen, am Karfreitag, und die gefärbten Eier am Ostersonntag, kamen ebenso in den kalderischen Riten vor, wie heute bei uns. Die Buns, ebenfalls unter eben diesem Namen bekannt, wurden bei der Anbetung der Königin des Himmels, Queen of Heaven haben wir schon öfter drüber gesprochen, der Göttin Ishtar, im Englischen ein Wortspiel, da Ostern, Ishtar, wie Ishtar ausgesprochen wird, sogar schon in den Tagen von Zekrops, dem Gründer Athens verwendet. Das ist 1500 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung. Meine lieben Brüder und Schwestern, wie kann ich denn bitte schön ein Fest christlich nennen, wenn die Ursprünge darüber 1500 Jahre vor dem Christentum bereits waren. Das kann ich nur mit mentaler Reservation. Das, was Katholiken so wunderbar immer machen. Eine Lüge erzählen, ohne mit den Augen zu zwinkern. Bryant sagt uns hier, eine Art von heiligem Brot, das gewöhnlich den Göttern geopfert wurde, war sehr alt und wurde Boun genannt. B-O-U-N Boun. Zitat Ende. Diogenes Lertius spricht von diesem durch Empik-Docles dargebrachten Opfer und beschreibt seine Hauptzutaten. Er opferte einen der heiligen Kuchen namens Boun, der aus feinem Mehl und Honig gemacht war. Dem Propheten Jeremia fiel dieses Opfer auf und er sagte, Zitat, die Kinder lesen Holz auf und die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, um für die Königin des Himmels Kuchen zu machen. Ich habe es mir jetzt nicht rausgesucht, aber das müsste meines Erachtens Jeremia im 44. Kapitel stehen. Die Hot Crust Buns werden heute zum Fest Astartes nicht geopfert, sondern gegessen. Aber dies lässt keinen Zweifel über ihre Herkunft bestehen. Der Ursprung der Ostereier ist ebenso klar. Nicht fragen, wo kommt das her? Klar! Die alten Druiden trugen das Ei als heiliges Wahrzeichen ihres Ordens. Bei den Dionysien, den Mysterien des Bachos, wie sie in Athen gefeiert wurden, bestand ein Teil der nächtlichen Zeremonie in der Weihe eines Eies. Die Hindu Fabeln feiern ihr Weltei als Ei von goldener Farbe. Die Japaner sagen, ihr heiliges Ei sei Metallen. In China werden heute genauso wie bei uns gefärbte oder bemalte Eier zu heiligen Festen verwendet. Im Altertum wurden Eier bei den religiösen Riten der Ägypter und der Griechen verwendet und zu mystischen Zwecken in ihren Tempeln aufgehängt. Das sehen wir hier in Abbildung 31 die Miss Q freundlicherweise in das Video mit einblendet. Von Ägypten kann die Spur dieser heiligen Eier mit Gewissheit bis zu den Ufern des Euphrat zurückverfolgt werden. Die klassischen Dichtungen sind voll von der Fabel des mystischen Eis der Babylonier. Hyginus der Ägypter und gelehrte Inhaber der Palatinus Bibliothek in Rom zur Zeit des Augustus der in aller Weisheit seines Vaterlandes ausgebildet war erzählt die Sage so Zitat Man sagt ein Ei sei vom Himmel her in den Fluss Euphrat gefallen. Die Fische rollten es ans Ufer wo Venus also Astarte ausschlüpfte die später die syrische Göttin genannt wurde nachdem die Tauben sich auf ihm niedergelassen und es ausgebrütet hatten. Daher wurde das Ei zu einem der Symbole von Astarte bzw. Ishtar also Ostern und dementsprechend wurde in Zypern einem für die Anbetung der Venus oder Astarte gewählten Ort das Ei von wundersamer Größe in riesigem Maßstab dargestellt wie wir in Abbildung 32 die wir hier ersehen können aus dem Buch. Die geheime Bedeutung dieses mystischen Eis der Astarte hatte in einer Hinsicht denn es hatte eine zweifache Bedeutung ein Bezug zur Arche während der Sinnflut in welcher die ganze Menschheit eingeschlossen war wie das Küken im Ei bevor es ausgebrütet wird. Nun es mag jemand fragen wie es den Menschen jemals in den Sinnen kommen sollte ein solch außerordentliches Symbol für solch einen Zweck zu verwenden. Die Menschen haben eine Vorstellungskraft. Die Antwort ist erstens dass das heilige Ei des Heidentums als das Weltei bekannt ist. Das heißt das Ei in welchem die Welt eingeschlossen war. Die Welt nun hat zwei verschiedene Bedeutungen. Einerseits die stoffliche Erde andererseits die Bewohner der Erde. Letztere Bedeutung des Begriffs wird im ersten Buch Mose Kapitel 11 Vers 1 aufgegriffen also in Genesis Zitat Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Zitat Ende Was bedeutet dass die ganze Bevölkerung der Welt sie hatte? Wo die Vorstellung vom Ei auch immer hergekommen sein mag? Wenn es dann heißt die Welt sei in einem Ei verschlossen und schwimme auf dem Wasser wird es nicht schwierig sein anzunehmen dass das so auf dem weiten Weltmeer schwimmende Ei Noahs Familie sein könnte die die ganze Welt ihrem Schoß trug Dann kommt die Anwendung des Wortes Ei auf die Arche folgendermaßen zustande Die hebräische Bezeichnung für ein Ei ist Baitz B-A-I-T-Z beziehungsweise in der weiblichen Form denn es gibt es in beiden Geschlechtern Baitz Im Chaldäischen und Phönizischen wird daraus Bait oder Baita Genauso spricht man in diesen Sprachen normalerweise auch das Wort für Haus aus Erinnert ihr euch an Kapitel 2 Das Haus die Wohnung die Frau Das auf den Wassern schwimmende Ei das die Welt enthielt war das auf den Wassern der Sintflut schwimmende Haus mit den Elementen der neuen Welt in seinem Schoß Die Tatsache die Tatsache dass das Ei vom Himmel kommt bezieht sich offensichtlich auf die Vorbereitung der Arche durch die ausdrückliche Bestimmung Gottes Dasselbe wird in der ägyptischen Geschichte vom Weltei angedeutet welches aus dem Mund des großen Gottes hervorgegangen sein soll Die auf dem Ei sitzenden Tauben bedürfen keiner Erklärung Soweit also die Bedeutung des mystischen Eis in einer Hinsicht Da nun alles was von der Menschheit gut oder nützlich war in den kalderischen Mysterien in irgendeiner Weise mit der babylonischen Göttin verknüpft wurde behauptete man dass der größte Segen für die Menschheit die die Arche in ihrem Schoß trug Astarte ist die große Wohltäterin der Welt die der Menschheit die Kultur beibrach Zwar gab es die vergötterte Königin von Astarte dargestellt bis Psychosis also der Seelenwanderung der Metem Psychosis Seelenwanderung heidnische Lehre die in Babylon fest eingewurzelt war wie sie das in der römisch katholischen Kirche auch ist ein leichtes den Glauben hervorzurufen dass sie in einer früheren Inkarnation in der vorsintflutlichen Welt gelebt habe und sicher durch das Wasser der Flut gegangen sei besser durchs Wasser gehen als durchs Feuer die römische Kirche nun übernahm dieses mystische Ei der Astarte und weihte es als ein Symbol für Christi Auferstehung man bestimmte sogar dass ein Gebet im Zusammenhang mit dem Ei gesprochen werden sollte und Papst Paul der fünfte lehrte seine abergläubischen Mönche zu Ostern so zu beten Zitat Segne O Herr wir flehen dich an diese von dir geschaffenen Eier dass sie in deinen Dienern eine gesunde Nahrung werden wenn sie zum Gedenken unseres Herrn Jesus Christus essen Zitat Ende Neben dem mystischen Ei gab es auch noch ein anderes Wahrzeichen von Ishtar der Königin Göttin von Babylon und zwar der Rimon der Granatapfel mit dem Rimon oder Granatapfel in ihrer Hand wird sie häufig auf alten Medaillen dargestellt das Haus Rimmons in welchem der König von Damaskus seinen Gottesdienst versah der Herr Naamans des Syras war aller Wahrscheinlichkeit nach ein Tempel der Astarte in welchen diese Göttin mit dem Rimon öffentlich angebetet wurde der Granatapfel ist eine fruchtvoller Samen lecker finde ich ihn auch aufgrund dieser Tatsache wird angenommen dass er als Sinnbild für jenes Schiff gebraucht wurde in welchem die Keime für die neue Schöpfung aufbewahrt wurden mit welchem die Welt vom Neuem mit Mensch und Vieh besät werden sollte nachdem die Sintflut gewichen war forscht man jedoch genauer nach sollte man übrigens immer tun stellt sich heraus dass der Rimon bzw. Granatapfel sich auf etwas völlig anderes bezog Astarte bzw. Ishtar oder Kibela wurde auch Idaya Matach genannt und der heilige Berg in Phrygien sehr berühmt wegen der Feier ihrer Mysterien wurde Berg Ida genannt das heißt im Chaldeischen der heiligen Sprache dieser Mysterien der Berg der Erkenntnis Ida Yamata bedeutet dann Mutter der Erkenntnis mit anderen Worten unsere Mutter Eva ist gemeint die als Erste die Erkenntnis von Gut und Böse begehrte und sie tatsächlich für einen so schrecklichen Preis für sich selbst und all ihre Kinder das sind auch wir erwarb wird zur Genüge aufgezeigt werden kann wurde Astarte nicht nur als Inkarnation des Geistes Gottes verehrt sondern auch als Inkarnation der Mutter der Menschheit die Bedeutung des Namens Astarte dafür dass Semiramis unter dem Namen Astarte nicht nur als Inkarnation des Geistes Gottes verehrt wurde sondern auch als Mutter der Menschheit gibt es eindeutige und befriedigende Beweise Es gibt keinen Zweifel darüber dass die syrische Göttin Astarte war Die Assyrische Göttin Astarte wird von Athenagoras und Lukian mit Semiramis gleichgesetzt Diese Zeugnisse über Astarte die syrische Göttin die in einer Hinsicht Semiramis ist sind ziemlich entscheidend Erstens Der auf sie angewendete Name Astarte spielt darauf an dass sie Rea oder Kibele ist die einen Turm tragende Göttin die wie Ovid sagte machte Türme in Städten Leert nämlich sagt auf der oberen angegebenen Seite im syrischen Tempel von Hierapolis Interessant das Bild des Tempel von Hierapolis mit einblenden habe ich gesucht und nicht gefunden Hierapolis ist eine alte Stadt in der Grenze von der Türkei soweit ich das gesehen hatte auf dem Internet aber ich habe den Tempel von Hierapolis keine Bilder von gefunden Jedenfalls Leert sagt auf der oben angegebenen Seite im syrischen Tempel von Hierapolis wurde sie auf einem mit Türmen gekrönten Löwen stehend dargestellt Kein Name könnte den Charakter der Semiramis als Königin Babylons genauer vorzeichnen als der Name Asht Tart die Frau die Türme machte Es wird allseits zugestanden dass die letzte Silbe Tart vom hebräischen Verb TR kommt Jedoch nahm man immer als selbstverständlich an dass TR nur Rundher Umgehen heißt Es gibt jedoch Hinweise darauf dass es in daraus abgeleiteten Substantiven auch Rundsein Umringen Umgeben bedeutet In der maskulinen Form gibt es das Wort TOR für einen Streifen beziehungsweise Reihe von Edelsteinen um den Kopf herum und in der femininen Form wie sie Hesikios angibt kommt die Bedeutung noch klarer zum Vorschein TOR TOR ist die griechische Form von TOR wobei der letzte Buchstabe T entsprechend des Geistes der griechischen Sprache zum S wurde Dann bedeutet ASCHTURIT was offensichtlich dasselbe ist wie das hebräische ASCHTORET die Frau die die Umgebungsmauer machte Bedenkt man, wie allgemein verbreitet es war, den Ruhm für diese Tat, was Babylon betrifft, Semiramis zuzuschreiben, das hatten wir ja schon gelesen, nicht nur Ovet, sondern auch Justinius, Dionysius, Afer und andere Taten es, waren sowohl der Name als auch die Mauerkrone auf dem Haupt dieser Göttin sicherlich sehr angemessen. Als Bestätigung für diese Interpretation der Bedeutung des Namens Astarte sei ein Beiname der griechischen Diana angeführt, die in Ephesus eine Türmchenkrone auf ihrem Kopf trug, da hatte ich ja auch schon mal Bilder in Videos mit bei, das weiß ich, und mit Semiramis gleichgesetzt wurde, was nicht weniger auffallend ist. Er kommt in folgendem Auszug von Livius vor, Zitat Als die Nachrichten von der Schlacht bei Pitna Amphipolis erreichten, rannten die Matronen zusammen zum Tempel der Diana, die sie Tauropoulos nennen, um ihre Hilfe anzurufen. Zitat Ende Tauropoulos von Tor, Turm oder umgebende Festung und Pol, Machen, bedeutet schließlich Turmmacher, Turmmacherin oder Macherin, umgebender Festung. Und an sie als Göttin der Festung wendeten sie sich ganz natürlich, wenn sie einen Angriff auf ihre Stadt befürchteten. Semiramis, die als Astarte zur Göttin, Entschuldigung, Semiramis, die als Astarte zur Göttin erhoben wurde, wurden die höchsten Ehren zuteil. Astreia bzw. Temes war Fatitica Temes, die weissagende Temes. Und dies war auch eine weitere Eigenschaft des Geistes, denn woher kann ein wahres Orakel, eine prophetische Inspiration sonst kommen, wenn nicht von dem inspirierenden Geist Gottes? Und was kann schließlich exakter mit der göttlichen Aussage über den Geist Gottes im ersten Buch Mose übereinstimmen, als die Aussage Ofitz, dass Astreia die letzte der himmlischen war, die auf Erden übrig blieb, und dass die Tatsache, dass sie sie verließ, das Signal für den Beginn der zerstörerischen Flut war? Die Ankündigung der Sintflut wird in der Schrift mit folgenden Worten wiedergegeben, im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 3, Zitat Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Zitat Ende All diese 120 Jahre über blieb der Geist. Doch als sie zu Ende ging, blieb er nicht länger und verließ die Erde und überließ die Welt ihrem Schicksal. Und obwohl der Geist Gottes die Erde verließ, verließ er nicht die Familie des gerechten Noah. Er ging mit den Patriarchen in die Arche und als dieser Patriarch aus seiner langen Gefangenschaft entlassen wurde, über fünf Monate waren die auf der Arche, wurde er mit ihm entlassen. So hatten die Heiden eine historische Begründung für ihre Aussage von der Taube, die auf dem Symbol der Arche im babylonischen Gewässer ruhte, und der daraus hervorgehenden syrischen Götten, bzw. Astarte oder Astraea. So wurde Semiramis als Astarte, die als Taube verehrt wurde, als Inkarnation des Geistes Gottes betrachtet. Und drittens, wie Baal, der Herr des Himmels, sein sichtbares Zeichen hatte, die Sonne, so musste auch sie als Bältes, Königin des Himmels, ihres haben, den Mond, der in einem weiteren Sinn Astarte war, der Umdrehungen machende, denn es besteht kein Zweifel daran, dass Tart ganz allgemein rund umhergehen oder umkreisen bedeutet, wie wir ja bereits gelesen haben. Viertens, doch muss das gesamte System zu einem Ganzen verbunden werden. Da die Mutter der Götter ebenfalls die Mutter der Menschheit war, musste Semiramis bzw. Astarte auch mit Eva gleichgestellt werden, und der ihr laut Pascal Chronicle gegebenen Name Reha beweist ausreichend ihre Identität mit Eva. Der Name Astarte, der Name der allgemeinen Mutter der Menschheit, passt in einzigartiger Weise, denn da sie Idaiya Matar war, die Mutter der Erkenntnis, stellt sich die Frage, wie kam sie zu dieser Erkenntnis? Wie kam sie zu der Erkenntnis? Darauf kann es nur eine Antwort geben, durch die fatalen Nachforschungen, die sie anstellte. Ja, Eva hat ja fatal nachgeforscht, mit dem Apfel anzunehmen und da reinzubeißen. Es war ein schreckliches Experiment, das sie machte, als sie gegen das göttliche Gebot und trotz der angedrohten Strafe wagte, diese verbotene Erkenntnis zu erforschen, die ihr Schöpfer ihr in seiner Güte vorenthalten hatte. So schlug sie jenen unglücklichen Weg ein, von dem die Bibel sagt, Gott hat den Menschen aufrichtig gemacht, aber sie suchen viele Künste. Semiramis, als Taube vergottet, war also Astarte in ihrer gnädigsten und gutmütigsten Form. Lucius Ampelius nennt sie Deam Benignam et Misericordem Hominibus ad Vitam Bonam. Das heißt auf Deutsch, die den Menschen gutmütige und gnädige Göttin, die sie bringt, zu einem guten und glücklichen Leben. In Bezug auf diese Eigenschaft der Gutmütigkeit werden hier offensichtlich die beiden Titel Aphrodite und Melitta zugeschrieben. Den ersten habe ich an anderer Stelle als Zorndämpferin erklärt, da müssen wir in Seite 144 gehen und da sind wir noch nicht, aber da kommen wir dann halt noch hin. Und der zweite stimmt damit genau überein. Melitta, oder im griechischen Mulitta, bedeutet Mediatrix, wieder die Mittlerin. Das hebräische Meletz, das im Kaldäischen zu Melet wird, wird offensichtlich in Hiob im 33. Kapitel Vers 23 im Sinne von Mittler verwendet. Denn der Bote oder Ausleger Meletz, der einem Menschen gnädig ist und sagt, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe Lösegeld gefunden, ist in Wirklichkeit der Bote oder Mittler. Parkhurst versteht das Wort in diesem Sinne und leitet es von Milz, also M-L-T-Z, Milz her, das heißt Süß sein. Jetzt wird es interessant, Leute. Die weibliche Form nun von Milz lautet Melizza, woher Melizza kommt, die Biene, der Versüßer oder Erzeuger von Süßigkeit, sowie Melizza als geläufiger Name der Priesterin der Kibele und, wie wir folgern können, der Kibele selbst als Astarte bzw. Himmelskönigin. Denn Porphyrius sagt, Zitat, die Alten nannten sie die Priesterinnen von Demeter Melissai, Zitat Ende. Und er fährt fort, sie, Zitat, nannten den Mond Melissa, Ende Zitat. Darüber hinaus gibt es sogar einen Hinweis, dass der diesen Titel als einen Titel der Semiramis identifiziert. Melissa oder Melitta, das hat jetzt nichts mit Filterkaffee zu tun, Melissa oder Melitta, denn der Name kommt in beiden Versionen vor, soll die Mutter des Foroneus sein, des Ersten der Herrschte, in dessen Tagen die Zerstreuung der Menschheit stattfand, weil Spaltungen unter ihnen aufgekommen waren, während sie vorher alle in Harmonie miteinander lebten und eine Sprache hatten. Das ist nicht, weil sie eine Sprache hatten, dass sie in Harmonie lebten, weil sie lebten sowieso, gottesfremd durch ihre Städte einzuschließen. Nun dies kann von keinem anderen gesagt werden, als von Nimrod, der immer wieder auftaucht in diesem Buch natürlich. Und da Nimrod schließlich als Nin verehrt wurde, der Sohn seiner eigenen Frau, ist die Gleichstellung korrekt. Melitta, die Mutter des Foroneus, ist dann dieselbe wie Melitta, der bekannte Name der babylonischen Venus. Und da der Name die weibliche Form von Melitz, also Mittler ist, bedeutet er infolgedessen Mittlerin. Ein weiterer Name der Mutter des Foroneus, des Ersten der Herrschte, lautet Archia. Haben wir da vielleicht das Wort Archiv her? Archia nun bedeutet geistlich, von R-K-H, Hebräisch Geist, was im Ägyptischen auch R-K-H heißt und im Akkaldäischen mit dem Stützvokal A davor zu Ark wird. Also A-R-K-H. Von derselben Wurzel kommt offensichtlich auch der Beiname Archites, den die um Adonis weinende Venus erhielt. Venus Archites ist die geistliche Venus. So war also die Muttergattin des ersten Königs, der herrschte, als Archia und Melitta bekannt, oder mit anderen Worten als die Frau, in der der Geist Gottes Fleisch geworden war und trat als Dea Benigna auf, als Mittlerin für Sündige Sterbliche. Die erste Form der Astarte, als Eva, brachte die Sünde in die Welt. Die zweite Form vor der Sintflut übte Rache als Göttin der Gerechtigkeit. Diese Form hier war gütig und barmherzig. So wurde auch Semiramis, bzw. Astarte, wie Venus, die Göttin der Liebe und Schönheit, zur Hoffnung der ganzen Welt. Und die Menschen nahmen gerne Zuflucht zu der Vermittlung von jemandem, der der Sünde so tolerant gegenüberstand. Am Ende von Seite 99 fährt der Autor fort. Die Mutter der Götter und die Mutter der Erkenntnis wurde also mit der Frucht des Granatapfels in ihrer ausgestreckten Hand dargestellt, wie wir hier in Abbildung 33 sehen können. Wodurch sie diejenigen zur Einweihung in ihre Mysterien einlud, die auf den heiligen Berg stiegen. Kann es da noch einen Zweifel geben, was diese Frucht bedeuten sollte? Offensichtlich muss sie mit ihrem vorgeblichen Charakter übereinstimmen. Es muss die Frucht des Baumes der Erkenntnis sein. Die Frucht von eben jenem Baum, dessen tödlicher Geschmack den Tod in die Welt brachte und all unser Weh. Nun, in dem, was der Autor hier gerade gesagt hat, gibt es einen riesen Unterschied zwischen den heidnischen und Evolutionstheorien, Gesetzen oder Lehren und dem, was die Bibel, das Wort Gottes, die Wahrheit sagt. Ein großer Unterschied von dem, was die Bibel uns lehrt und was Gnostik uns lehrt. Evolutionstheorie ist gnostische Lehre. Laut der Evolutionstheorie hört gut zu. Laut der Evolutionstheorie brachte der Tod den Menschen hervor, weil sie lehren ja das Überleben des Stärkeren. Der Stärkere kann nur überleben, wenn der Schwächere stirbt. Also muss der Tod in die Welt kommen. Laut Evolutionstheorie brachte der Tod den Menschen hervor. Laut der Bibel brachte der Mensch den Tod hervor, durch die Sünde des Übertretens von Gottes Gesetz, nicht von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Ein weiteres Beispiel, wie Satan und seine Agenten, hauptsächlich durch die römisch-katholische Kirche, es immer wieder schaffen, das reine, pure, wahre Wort Gottes um 180 Grad zu verdrehen. Dass es in ihre Agenda passt. Jetzt kriege ich noch einen Schluck auf hier. Ich hoffe, das stört nicht so viel beim Vorlesen hier. Wir fahren auf Seite 100 fort. Die Erkenntnis, zu der die Geweihten der ideischen Götten Zugang hatten, war von genau derselben Art wie jene, die Eva durch das Essen der verbotenen Frucht erlangte. Die Erkenntnis über alles, was moralisch böse und gemein war. Jedoch wurden die Menschen gelehrt, Astarte als ihre große Wohltäterin anzusehen, die für sie Erkenntnis und die damit verbundenen Segnungen erwarb, welche sie andernfalls vergeblich von dem Vater des Lichts begehrten, von dem jede gute und vollkommene Gabe kommt. Der Katholizismus flößt dasselbe Gefühl für die römische Himmelskönigin ein und bringt seine Anhänger dazu, die Sünden Evas im selben Licht zu sehen, wie einst das Heidentum. Im Kanon der Messe, dem feierlichsten Gottesdienst im römischen Messbuch, wird die Sünde unserer Ureltern mit folgendem Ausdruck angesprochen. O Beata Culpa, Quaetalem Mirusti Redemptorem, Entschuldigung für meinen Latein, das habe ich nie gelernt, heißt auf Deutsch, O gesegnete Schuld, die du einen solchen Erlöser herbeiführst. Die in diesen Worten enthaltene Vorstellung ist rein heidnisch. Sie läuft nämlich auf folgendes hinaus. Eva sei gedankt, deren Sünde wir den herrlichen Erlöser verdanken. Die darin enthaltene Vorstellung findet man zwar mit dem gleichen Wortlaut in den Schriften des Augustinus. Jedoch ist es eine Vorstellung, die dem Geist des Evangeliums genau entgegengesetzt ist, welches besagt, dass die Sünde noch umso sündiger ist, da sie eines solchen Lösegeldes bedurfte, um von ihrem schrecklichen Fluch zu befreien. Augustinus hatte sich viele heidnische Vorstellungen angeeignet und wurde nie völlig von ihnen frei. Es ist erstaunlich, dass ein so fähiger und aufgeklärter Mann wie Meryl Dobinie an solchen Worten nichts Böses sah, sagt der Autor hier. Und das ist natürlich ziemlich interessant, sich ebenfalls mal kurz darüber zu überlegen. Der Meryl Dobinie hat ein absolut monumentales Werk über den Protestantismus geschrieben. Das könnt ihr mal googeln und euch anschauen. Das gibt es, glaube ich, auch zum Teil als PDF. Das sind aber echt, das ist ein Monumentales, das ist ein Monsterwerk von Dobinien. History of Protestantism heißt das, glaube ich, im Englischen. Ich habe das auf meinem Computer, glaube ich, stehen. Und der sah hier nichts Böses drin. Naja, da muss ich mal eben zu sagen, Entschuldigung, dass ich da ein bisschen abweiche, aber wenn ihr Dave Hunt kennt und der hat das Buch geschrieben, A Woman Rides the Beast oder im Deutschen Die Frau und das Tier, das werde ich auch irgendwann mal auf meinem Kanal lesen. Der hat es ja auch geschafft, seine Zukunftslüge aufrecht zu erhalten, obwohl er den Vatikan so dargestellt hat und bloßgestellt hat, aber hat trotzdem nicht erkannt, dass das Papsttum der Antichrist der Bibel ist. Also selbst solche fähigen und aufgeklärten Männer wie Meryl Dobinie und in dem anderen Fall, den ich gerade erwähnt hatte, Dave Hunt, auch die können Fehler machen und das ist an uns, um auf Basis der Schrift, der Wahrheit, diese Fehler aufzudecken und diese Falschlehren nicht zu übernehmen. Nun, der Autor fährt fort, da Rom die gleichen Gefühle wie das Heidentum hegte und heute noch hegt, vergesst das nicht, weil Rom verändert sich niemals. Mal übernahm, übernahm Rom, soweit sich die Gelegenheit bot, auch dieselben Symbole. In England und den meisten anderen Ländern Europas wachsen keine Granatäpfel, leider. Und doch muss selbst hier der Aberglaube vom Rimmern so weit wie möglich aufrechterhalten werden. Nun, anstatt des Granatapfels wird hier die Orange verwendet. So reichen die Katholiken Schottlands an Ostern Orangen zu ihren Eiern. Und so führte Bischof Gillis von Edinburgh vor wenigen Jahren an Ostern die prahlerische Zeremonie durch, zwölf zerlumpten Iren die Füße zu waschen und abschließend jedem von ihnen zwei Eier und eine Orange zu reichen. Es sei angemerkt, dass diese Verwendung der Orange stellvertretend für die Frucht von Edens gefürchteten Bewährungsbaum aber keine moderne Erfindung ist. Sie geht zurück auf die fernen Zeiten der klassischen Antike. Der Garten der Hesperiden im Westen, und dies wird von allen, die es studiert haben, anerkannt, war einfach das Gegenstück zum Paradies Edens im Osten. Die Beschreibung des Heiligen Gartens, der sich auf den Inseln des Atlantik vor der Küste Afrikas befinden sollte, zeigt, dass seine legendäre Lage genau mit dem Cap Verde oder den Kanarischen Inseln übereinstimmt, sowie ferner, dass die so eifrig behütete goldene Frucht auf dem Heiligen Baum nichts anderes war als die Orange. Also Apfelsine, sagen wir im Deutschen ja auch. Laut der klassisch heidnischen Erzählung gab es in diesem Lustgarten auf den Inseln der Gesegneten keine Schlange, die die Menschen dazu verlocken konnte, ihrem Gehorsam gegenüber ihrem großen Wohltäter zu brechen, indem sie von dem heiligen Baum aßen, den er zur Prüfung ihrer Treue vorgehalten hatte. Im Gegenteil, die Schlange, das Symbol für den Teufel, den Fürsten des Bösen, den Feind der Menschen, war diejenige, die ihnen verbot, die köstliche Frucht zu essen, und diese genau beobachtete und nicht zuließ, dass sie berührt wurde. Herakles, das ist die griechische Bezeichnung für Herkules, eine Form des heidnischen Messias, der den unglücklichen Zustand des Menschen bedauerte, tötete oder bezwang die Schlange, was so nötig war, um sie vollkommen glücklich und zugleich weise zu machen, und schenkte ihnen das, was andernfalls bar jeder Hoffnung niemals von ihnen erreichbar gewesen wäre. Gott und der Teufel sind also hier geradewegs ausgetauscht worden. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist die Lehre, die die römisch-katholische Kirche vertritt, dass alle Jesuiten eingebläut kriegen, bis es ihnen hinten wieder rauskommt. Das weiß-schwarz ist und schwarz-weiß, wenn die kirchliche Hierarchie das so lehrt. Gott und der Teufel sind hier also geradewegs ausgetauscht worden. Das ist die ganze Lehre des Freimaurertums. Jahwe, der Gott der Bibel, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, der den Menschen verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen, wird durch die Schlange symbolisiert und als unfreigiebiges und bösartiges Wesen bezeichnet. Wohin gegen der, welcher den Menschen von Jahwes Joch befreite und ihm die Frucht des verbotenen Baumes gab, Satan unter dem Namen Herakles, als der gute und herrliche Befreier der Menschheit gefeiert wird. Welches Geheimnis des Bösen steckt dahinter und all dies verbirgt sich hinter der heiligen Orange von Ostern. So, meine lieben Brüder und Schwestern, hiermit habe ich den Abschnitt 2 des dritten Kapitels Ostern beendet. Ich hoffe, das kommt noch rechtzeitig zum Ostern heraus und wird euch vielleicht mal Anstöße geben, von diesem Fest Abstand zu nehmen. Sich keine Eier zu bemalen, aufzuhängen und Ostern zu feiern mit allen Konsequenzen damit bei. Es ist ein heidnisches Fest und wenn ich mich als Christ bezeichne, eines Folgers Jesus, eines seiner Jünger bezeichne, wenn ich in Jesus meine Errettung finde und meine Erlösung finde und Jesus und Gott als meine Basis für mein Gewissen hinstelle und meine Autorität, mit der ich spreche, dann kann ich Ostern nicht feiern, dann kann ich Weihnachten nicht feiern, dann muss ich mich absondern. Das werden euch die meisten Familienmitglieder wahrscheinlich nicht gerade gut heißen, aber wollt ihr gut vor euren Mitmenschen stehen oder wollt ihr gut vor Gott stehen? Die Frage muss man sich immer wieder stellen. Und wenn ich dieses Buch hier lese und wir dabei sehen, dass der römische Katholizismus all seine Wurzeln in Babylon hat, der erste große Abfall nach der Sintflut, durch den Städtebau, den Turmbau und Gott, der daraufhin die Nationen gegründet hat, durch den Menschen ihre Sprache zu verwirren, wenn ich all das sehe, wo dieser Ursprung herkommt, dann ist es nicht nur schön, das zu wissen, meine Lieben, dann ist es vor allen Dingen auch schön, wenn ich daraus meine Konsequenzen ziehe. Und wenn ich sage, ihr feiert Ostern, gut, Entschuldigung, das ist ein heidnisches Fest, und wenn ich daran teilnehme, dann ist das, wie sagt man das im Deutschen, dann ist das meinem Herrn, meinem Gott, ein Gräuel. Es ist ihm ein Gräuel. Offenbarung 18, Vers 4 Kommt raus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilnehmt an ihren Sünden, an ihren Plagen. Der römisch-katholischen Kirche kommt da raus, hat mit Christentum überhaupt nichts zu tun. Es ist die große Lüge des Teufels, dass das Christentum ist. Und die ganzen Feste, die darin gefeiert werden, sind absolut unbiblisch und ein Gräuel vor dem Herrn. Wollt ihr kein Gräuel vor dem Herrn verüben, dann feiert ihr Ostern nicht. Sagt ihr von mir, habe ich jetzt schon so lange gemacht, was macht es noch aus? Es ist ein Unterschied, ob man das Gesetz nicht kennt und dann sündigt. Weil das ist keine Sünde, wenn ich das Gesetz nicht kenne. Aber wenn ich das Gesetz kenne und wenn ich den Ursprung des Christentums kenne und dann trotzdem an diesen heidnischen Bräuchen festhalte, aufgrund von Tradition, wie die römisch-katholische Kirche das immer so schön sagt, die baut ja alles auf Tradition auf. Wenn ich also das Wort Gottes neben mir herlege und sage von, ich habe das schon so lange gemacht, jetzt mache ich das noch mal weiter hin. Dann sündige ich, weil ich weiß, dass es meinem Herrn ein Gräuel ist. Und ich will meinem Herrn doch Freude bereiten. Der, der mich geschaffen hat. Oder? Nächstes Mal fahren wir fort im Abschnitt 3, im Kapitel 3, die Geburt Johannes des Täufers. Da kann ich jetzt schon mal zusagen, ganz wichtig. Der wird von den Jesuiten erschaut als Satan. Das ist eine andere Sache. Das war das Osterfest. Und ich hoffe, ihr habt von dem Video genießen können. Sowohl von meiner Stimme als von den Bildern. Und dann sehe ich euch demnächst wieder zum dritten Abschnitt Die Geburt Johannes des Täufers aus dem Buch von Babylon nach Rom von Alexander Hislop von 1858. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Gott behüte euch auf allen euren Wegen. Und behüte euch auf seinem, auf dem schmalen Pfad, der zum Tor der Erlösung führt. Feiert nicht Ostern. Feiert nicht Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch. Jodler 66 Sagt Tschüss.